Danke, Herr Kollege. Ich darf Ihnen im Namen des ganzen Hauses, wenn ich jetzt wüsste, ob die singen können, würde ich hier jetzt bitten, aufzusehen und zu singen, Ihnen alles, alles Gute. Happy Birthday to you. Bitte alle. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Unser Geschenk von hier oben waren drei Minuten mehr Redezeit. Das heißt ziemlich viel. Das ist Oppositionsredezeit. Alles, alles Gute. Feiern Sie schön, lassen Sie sich hochleben und ab morgen geht es dann wieder in den Clinch.